hey und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zeige ich euch mal ich habe das licht angelassen heute nehme ich euch mal mit zu einem termin also ich muss noch also ich hatte ein shooting mit einer band gehabt mit ms3 die ihr auch in der infobox verlinkt findet also zu der seite kommt ihr dann und wenn ihr in der infobox schaut da findet ihr dann den link zu der band und auf jeden fall habe ich mit denen ein shooting gemacht wo dann im oktober die bilder davon kommen ich weiß kommt ein bisschen spät aber die veröffentlichen dann erst ihre website und deswegen wollte die halt dass ich das dann erst hochlade die bilder findet ihr dann auch auf meiner facebook seite die werde ich euch auch unten in meiner infobox verlinken und da seht ihr immer meine shootings shootings bilder shooting shooting bilder ich bin heute leicht ein bisschen verbeilt aber egal so dann nehme ich euch mal mit ist auch ein besonderer moment heute für mich da der proberaum dieser band an meiner alten grundschule ist und ich war hier schon seit wieviel jahren nicht mehr seit sich jahren auf jeden fall zehn jahren zweifahren keine ahnung und das wird jetzt ganz spannend für mich da ich lange nicht mehr hier war und vielleicht hat sich ja was verändert hinter mir da haben wir damals die sonnenfinsternis uns angeschaut und wird ein sehr schöner moment für mich und ja dann stecken wir raus und gehen wir raus ja ich sollte mit schlüssel mitnehmen schön eine dach mitnehmen den stift sollte ich auch nicht vergessen und ähm ja guck mal wie süß da hinten ist gar fehlt gar fehlt der war damals auch schon da gewesen glaube ich ich bin jetzt schon einiges verändert hier guck mal haben die einfach neu gemacht einfach neu gemacht hauptsache modern nicht modern 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 nicht modern so dann gehen wir mal zusammen und da sind wir auch schon angekommen diese malereien da hinten die haben wir damals in der projekte woche gemacht und ja das war meine kontrolle 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020